Ja, unser erstes WECON-Netzwerk-Club-Event auf Mallorca. Man hat sich so lange gewünscht, sich überregional zu vernetzen. Jetzt ist es endlich wahr geworden. Es könnte einfach nicht schöner sein. WECON-Events sind immer traumhaft, aber das heute Abend toppt wirklich alles. Es ist noch besser wie je zuvor. Ganz klasse Leute, super Gespräche, tolle Atmosphäre, bestes Wetter, was will man mehr? Das geht nicht geiler, Freunde. Ich habe selten ein so perfektes Event erlebt. Also besser hätte man es nicht machen können. Wir kommen hier zusammen aus über 25 WECON-Netzwerkregionen. Alle verbinden das Gleiche. Es sind alles wirklich super sympathische, super familiäre Menschen. Ich sage euch, wie es ist, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Alles Leute, die wirklich Bock haben, im Leben etwas zu erreichen, Spaß haben an ihr Leben. Und das sind wirklich Qualitätmenschen hier. Einfach den Austausch mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die irgendwie im Leben etwas bewegen wollen, weiterkommen wollen. Und so entstehen nicht nur Geschäftsbeziehungen, sondern auch Freundschaften. Die sind wie eine große Familie und das macht einfach Spaß. Es ist einfach phänomenal, was wir hier für tolle Gespräche führen. Das Schöne finde ich wirklich an diesem Netzwerk ist, dass du auf Augenhöhe Entscheider triffst. Da kann man sich sehr viele Tipps abholen, die einen auch persönlich dann weiterbringen. Neue Gesichter, neue Netzwerke, neue Unternehmen, neue Verbindungen lernt man hier kennen und wir sind stolz, dabei zu sein. Hier kann man wirklich mal abschalten, aber gleichzeitig auch nochmal den Mensch erleben. Und so zu netzwerken ist was Besonderes. So ein bisschen raus aus dem Tagesgeschäft, aus dem Hamsterrad. Netzwerken wird hier wirklich groß geschrieben. Egal was dein Angebot ist oder dein Produkt ist, hier findest du extrem coole Leute und das auch bei einer schönen Umgebung. Und so macht Netzwerke richtig Spaß. Es ist Sommer, wir sind auf Mallorca, es sind 120 spannende, nette, hübsche Leute hier. Ich kann nur sagen, Vicon, das war die richtige Entscheidung. Das war ein ganz, ganz, ganz besonderes Event und es war einfach unfassbar schön. Es hat super viel Spaß gemacht. Eins kann ich euch versprechen, wir kommen wieder. Das war ein ganz, ganz besonderes Event.